Servus und Willkommen zu einer weiteren Folge von Perfekt-ORP. Ich mache heute einmal eine geheime Aufnahme von Michi, weil Michi die ganze Zeit, dass ich meine Aufnahme habe, und ja, er hat sich schon längere Zeit gemacht. Und ich habe es aber nie gemacht, weil wir... Also ja, ich habe es halt nicht für mich gemacht. Und heute haben wir eine Überraschung, wir weiß es nicht. Und ich sehe uns heute einmal aufgetreten. Dann würde ich sagen, es geht los mit Perfekt. Ja. Gibt er den Smiley? Das ist der Kartra-Smiley. Der da. Oder der geht auch schon. Michi? Ja. Kannst du schauen? Wir müssen jetzt voll defense gehen. Und dann sofort, wenn der neben uns ein Problem hat, sofort... Warte, ich hole mir jetzt auch ein Schwert und gehe darüber. Ja. Du musst irgendwie ein bisschen lauter reden, weil wenn du leiser redest, dann legst du so komisch. Du bist schon so komisch. Du musst aber genauso versenkt. Ja. Ja. Ich helf. Ah, jetzt geht es. Ich hab ein Schwert. Jetzt haben wir vier Arms. Zack, ich hab dem mit ein Schwert. Ich hab dem mit ein Schwert. Box ihn runter. Er war da? Ich hab Spitzhacken. Er ist da unten. War ihn. Hüpp, 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 hüpp. Ich hol ihn, ich hol ihn. Ich hab ihn. Ich bin da. Ja, ich hab ihn schon. Er hat sich verbaut. Und dann hab ich ihn. Ich baue mich sofort zu Team Gelber. Okay? Ja, weißt du nicht. Ich baue mich sofort zu Team Rot. Scheiße, ich bin runtergefallen. Na, gehen wir mal zu Team Gelber gemeinsam. Ja, aber Rot ist... Okay, dann nehmen wir Rot. Schaffst du's? Schaffst du's? Ich hab den Grünen. Schaffst du's? Ja. Achtung, ein Türkiser ist da. Ich bin weiß. Wenn wer kommt. Passt, ich bin drüben. Schaffst du's? Ghetto Bitch. Scheiße, um ein Herz. Ein Schlag um der Werte. Fuck. Der Rote will Gold. Schaffst du's? Schaffst du's? Und hinter dir kommt ein Türkiser. Ich krieg ihn. Ich krieg ihn. Jawoll. Ich hab den Rot. Ich hab den Blauen gestompt. Schaffst du's? Ähm... So, sofort zu Türkis. Wo ist Türkis? Ah, neben Rot. Nein, da ist... Grün? Grün ist raus, dann neben Grün. Ich baue mich dabei zu Gelb. Ja, passt. Scheiße. Und ich hab mich grade... ...gefailt. Also, ich hab gefailt. Wenn irgendwer kommen sollte, sag was. Ich werd mich jetzt zu Gelb rüber bauen. Die werden wahrscheinlich den Weg usen. Deswegen stell dich drauf ein, dass wir kommen. LOL. Ja? Ah, da kommt ein Türkiser. Ja, das ist der. Der ist alleine. Ha, lol. Ich hab den Leiterpack. Wenn man auf einer Leitersneak bekommt, den habe ich grad genutzt. Der ist richtig verdammt OP. Also, immer auf einer Leitersneak. Ich bin on the way zu Gelb. Ich bin bei Gelb. Ich bin mit dem Dunkelblau gerade. Ich bin mit dem Dunkelblau gerade. Okay. Schau aber, dass er dann nicht drüber geht. Ähm, komm bitte in die Base. Ich bin einfach komm. Warte, ich krieg das hin. Scheiße. Sie bin mit dem Dunkelblau gerade. Ich lasse, hör jetzt davon. Weil wenn ich gegen den... Der Türkis mir jetzt verliert. Zweikampf darf auch Er hat sich so hochgesteckt, dass man ihn nicht mehr sehen konnte. Und so, dass es wahrscheinlich, weil du keine Junk mehr hast. Ja, wahrscheinlich. Scheiße, ich hab... Ich war so dumm. Ich bin base. Was? Ich krieg mich. Das heißt, er kommt nicht runter. Er wird wahrscheinlich jetzt mich stomp'n. Ja, ich hab's gewusst. Ich wär nämlich jetzt zu ihm gerannt. Scheiße, der Blaue lebt nimmer. Das heißt, wir werden von Gelb jetzt auch... Ja, wir werden von Gelb angegriffen. Ja, ich bin... Von der anderen Seite. Scheiße, ich... Der... Der benutzt den Leitertrieb. Wir sind tot. Wir sind tot. Hab einen. Ja, aber der Gelb ist... Oh, Kombo des Todes! Du hast den Gelben! Uh! Leck mir mal. Ich hab' ein Herz verloren. Ein ganzes Herz. Pass auf die Base auf, pass auf die Base auf. Bitte, ich darf das nicht verlieren jetzt. Ist das ein bisschen so super? Holst du Gold? Ja, ich bin voll. Kannst du für mich weiter... Alle in der Mitte. 16... 24... 33... 34... 35... 35... 25... 35... 35... 25... Moira, stehe drin! Ja! Oder willst du? Mach mal, so warte. Willst du, Equip? Hilfste Hälfte oder? Hälfte, Hälfte. Ich mach mir solche Kleidungen. Ich krieg ich 2 Gold? Krieg ich 2 Gold? 2? Wer? Wir 2. Danke, Alter, das hier. Nice! Achtung, kannst du schauen, dass der scheiß Biffke da nicht kommt? Ich hab... Kommt einer? Stärken? Nee, keine Ahnung. Warte, ich mach ne Kiste. Ich mach ne Kiste. Ja, ja, verlassen! 4 Zwecke gelb! Digga, wenn wir die jetzt nehmen, was wäre geil. Ich geb hier mein Goldstaff, also mein, ja. Mein Goldstaff rein. Und wenn ich's brauch, kann ich's mir einfach mal nehmen. Komm, lass gehen. Oh, nein! Ja, ja, ja. Er war's. Allerdings verkennt man sich immer fähig. Das sind wir so geil jetzt. Digga, wenn wir die, wenn wir die gewinnen, wir das. Wenn wir das gewinnen. Zack! Einer ist gestorben, der zweite Fullequip ist glaube ich AFK. LOL! Einer ist AFK, glaube ich. Nein, er ist nicht AFK, aber ich habe ihn schon einmal getroffen. Danke. Bitte. Michi! Soll ich auch runter? Ja. Ich bin jeden Moment da runter. Ich bin da. Habs. Ich bin nach innen. Scheiße, einer hat sich Fullequip wieder. Hilfe! Ich bin gleich tot. Hab ihn. Warte, hältst du sie fern? Arbeit? Wett. Okay, dann bin ich sie weiter. Und. Habs. Geh, geh. Dankeschön. Michi, soll ich dir das verraten? Ich habe heimlich aufgenommen und fräse auf YouTube auf. Ich verspreche es dir. Du hast aufgenommen? Ja, und ich sage es dir, ich schneide und lasse auf YouTube hoch. Das war mein Versprechen und meine Überraschung, warum ich nicht da war. Am Anfang. Warum warst du nicht da, hä? Weil ich mich gemutet habe und meine Begrüßung gemacht habe. Deswegen habe ich nichts gesagt. Ahhhh. Nice! Da würde ich sagen, Freunde, tschau bis zum nächsten Mal. Ich glaube, die Überraschung ist gelungen. Ja. Tschau bis zum nächsten Mal. Ciao.